Alter, weißt du, dieses Hey Hey, das hat meine Ex immer gesagt, Mann, ganz böse. Alles klar, dann, dann, okay, dann sprechen wir jetzt hier einfach alle mal Trigger Warning aus. Komm noch mal, komm noch mal rein. Ja, komm noch mal rein, wir machen das jetzt noch mal von vorne. Eine Sekunde. Hey, hey. Henry! Henry, du gehst jetzt bitte noch mal raus. Okay.